Die Baureihe 82 entstand nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Neubau-Dampflok-Typenprogramms der Deutschen Bundesbahn. Die kompakten E-Kuppler sollten im schweren Rangierdienst und vor Nahgüterzügen Lokomotiven der Baureihen 93 und 94 ablösen. Mit einer Leistung von 1290 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 70 kmh eigneten sich die Tenderloks auch für den Reisezugdienst auf topografisch schwierigen Strecken. Stationiert waren diese Maschinen im BW Siegen, Hamburg-Wilhelmsburg, Hamm, Soest und Emden. Mit 82035 endete am 1. Mai 1972 die Ära der Baureihe 82. Das Pico-Modell der Deutschen Bundesbahn Baureihe 82 mit der Loknummer 82024 gibt den Betriebszustand ab 1960 mit dem Revisionsdatum 8.06.60 wieder. Ausführung mit Mischvorwärmer und eckigem Führerhaus. Beheimatet war diese Maschine im BW Emden. Mit der BA 82 setzt Pico seine Reihe mit hervorragend detaillierten Modellen im Maßstab 1 zu 160 fort. Das Spur-N-Modell zeichnet sich durch viele extra angesetzte Details wie Lichtmaschine, Griffe am Wasserkasten, Pfeife, Glocke, Kesselarmaturen, Zylinderrohre oder Handläufe am Kohlekasten aus. Gut gelungen ist ebenfalls die Ausführung der detaillierten Steuerung sowie der Speichenräder. Das Modell ist mit Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft ausgerüstet. Das Modell hat einen Zinkdruckgussrahmen und wird von einem kräftigen Motor angetrieben. Das Modell der Baureihe 82 zeichnet sich durch einen sauberen und leisen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften, vor allem auch die extremen Langsam-Fahreigenschaften, verdankt die Lok dem kräftigen Motor mit Schwungmasse und sorgt auch für vorbildgerechtes Ausrollen des Modells. Die Pico Baureihe 82 verfügt über einen digital schaltbaren, fahrtrichtungsabhängig funktionierenden Lichtwechsel und eine schnittschnelle Next 18. Mit dem ab Werk integrierten Sounddecoder, der die Datenformate DCC mit Railcom Plus, Motorola, Selectrix und M4 beherrscht, ist bei der Lok eine innovative Umsetzung als Sound-Lok gelungen. Der Lautsprecher ist auf die Baureihe 82 abgestimmt und ermöglicht einen kraftvollen Sound. Viele Lok-typische Geräusche sind einzeln abrufbar. Sound ist auch im Analogbetrieb möglich, hier allerdings nur das Dampfgeräusch. Es folgen als Beispiel 8 von 24 digitalen Funktionen, die abgerufen werden können. F0 Licht F1 Fahrgeräusche F2 Dampfpfeife kurz F3 Dampfpfeife lang F4 Glocke F5 Wasserpumpe F6 Rangiergang 1 Rangierbeleuchtung 1 F7 Injektor F8 Kohleschaufeln Das attraktive und sehr detaillierte Modell der Baureihe 82 mit ausgezeichneter Optik und hervorragenden Fahreigenschaften in der Nenngröße N unterstreicht den hohen Entwicklungsstand bei Pico und bietet mit dem besonders klangvollen Sound einen neuen Standard für den Maßstab 1 zu 160. Durch die viele Krane und betriebstaugliche Ausführung spricht die Lok praxisorientierte Modellbahner und vorbildorientierte Sammler gleichermaßen an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017